Der wohl am häufigsten gehörte Satz bei Gesangsaufnahmen ist, ich kann mich nicht richtig hören. Entweder bin ich zu laut oder bin ich zu leise. Um zu vermeiden, dass deine Sängerin oder dein Sänger sich mit diesem Problem herumschlagen muss, gibt es einen ganz einfachen Trick und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's mit dem Advent-Kalender. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender 2019 und Gesangs- und Stimmaufnahmen gehören ja bekanntlicherweise zur Königsdisziplin im Tonstudio. Wichtig ist, dass man aber auch weiß, dass eine gute Performance von Sänger oder Sängerin vor dem Mikro immer auch damit zusammenhängt, dass beide sich sehr, sehr gut hören können und zwar in allen Disziplinen von ihrem Gesang, denn die Stimme ist ja ein sehr dynamisches Instrument, will sagen, wenn man leise singt, muss man sich genauso gut hören, als wenn man laut singt, damit man auch die Kontrolle immer über die Stimme behalten kann. Beim Eingang kann man natürlich beim Aufnehmen dafür sorgen, dass man mit einem starken Kompressor dafür sorgt, dass die Dynamik komplett eingefangen wird beim Gesang. Das Blöde ist nur, dass dieser Kompressor dann natürlich auch mit aufgenommen wird. Man hat also kein völlig cleanes, sauberes Signal auf der Festplatte, das man dann später frei nachbearbeiten kann. Deswegen ist es nicht so ratsam, mit einem volle Pulle aufgedrehten Kompressor am Eingang schon zu singen. Es sei denn, du fühlst dich natürlich mit der Einstellung wohl, hast die für dich schon mal gefunden und kannst damit bestens leben. Kein Problem. Wenn du aber dieses unbearbeitete Signal haben möchtest, dann musst du dich eines Tricks behelfen, der zum Beispiel in Studio One hier ganz einfach umzusetzen ist. Und das Stichwort sind virtuelle Eingangskanäle. Will sagen, man kann hier Eingangskanäle in der DRW anlegen und kann dann verschiedene Eingangskanäle nehmen. Zum Beispiel einen mit Plugins und einen ohne Plugins. Den mit Plugins dann mit Plugins, damit man sich gut hören kann. Und einen ohne Plugins, damit man eine saubere Aufnahme hinkriegt. Und das Ganze teilt sich dann aber trotzdem physisch denselben Eingang. Wir machen das einfach mal mit einem kleinen Rechtsklick hier im Mixer. Auf eine der Spuren kann man hier unten Audio I.O. auswählen und kommt dann in den Bereich, wo man sich verschiedene Eingangs- und Ausgangskanäle anlegen kann, eben auch virtuelle. Wir haben hier zum Beispiel meine Kick, die auf Eingang 1 reinkommt, meine Snare, die auf Eingang 2 reinkommt und so weiter und so fort. Und wenn ich mal ganz nach unten scrolle, habe ich mir schon zwei Kanäle angelegt. Die heißen Vox mit Plugins und Vox ohne Plugins. Und wie du sehen kannst, die teilen sich beide den physischen Eingang 1. Jetzt habe ich die hier angelegt. Falls du dich fragst, wie ich das gemacht habe, ich habe einfach hier auf Mono hinzufügen geklickt und habe dann hier auf dieses Kästchen geklickt, wo ich dann den Eingang 1 quasi für diesen einzelnen Kanal ausgewählt habe. Wie gesagt, zwei Kanäle anlegen, einen mit und einen ohne Plugins und habe das dann schon mal fertig gemacht. Dann muss ich noch zwei Eingangskanäle hier in meinem Arrangement aufmachen. Die erstelle ich mal ganz schnell und nenne die hier Vox mit Plugins. Und der Eingang sollte dann sein, hier auch die virtuelle Spur, die ich gerade angelegt habe. Also Vox mit Plugins, eine Spur und nach unten schieben hier und dann duplizieren wir die Ganze nochmal und benennen die dann hier Vox ohne Plugins. Ohne Plugins und geben der den passenden Eingang, den ich gerade dann dafür schon angelegt habe, nämlich Vox ohne Plugins. Jetzt wirst du dir die Frage stellen, der hat doch noch gar keine Plugins irgendwo reingeladen, wo will er die denn anwenden? Ganz einfach, ich schalte mal kurz hier auf die Ansicht meiner Eingänge. Hier ein oft übersehenes Feature übrigens im Mixer hier. Man kann die Eingänge nämlich auch sichtbar machen, die man hier hat, die wir gerade da im Audio I.O. bearbeitet haben. Und wie du hier unten sehen kannst, sind jetzt hier schon die beiden Eingänge zu sehen. Vox mit Plugins und Vox ohne Plugins. Und wenn ich jetzt hier einfach mal doppelt draufklicke auf Vox mit Plugins, dann siehst du, dass genau wie im Mixer hier auf der rechten Seite ein Fenster losgeht oder ein Teil losgeht von der Spur, wo ich hier auch Plugins reinladen kann. Und diese Plugins sind natürlich praktisch, weil ich kann mit Kompressoren dafür sorgen, dass ich so richtig schön die Stimme zusammenquetsche und dafür sorge, dass sie laut ist. Und das habe ich auch schon gemacht. Ich habe hier einmal einen Fat Channel reingeladen und habe da einen Kompressor reingeladen, den wir hier sehen, der hier wirklich heftig komprimiert die Stimme, die ich mache. Ich kann mal kurz dir zeigen, ich weiß nicht, ob du es schon hören kannst, aber ich kann es auf jeden Fall schon mal ansprechen. Da siehst du, dass der Kompressor hier stark anspricht. Ich nehme mal das Mikro dazu. Eins, zwei, drei, vier. Siehst du, der schlägt richtig fester aus, komprimiert also das Signal richtig stark und holt auch hier im Make-Up-Gain richtig fett auf und macht das Signal richtig laut. Und damit es dann nicht übersteuert, habe ich es dann noch hier in einen Limiter reingejagt, den ich mir hier auch zunutze mache. Und wenn ich hier reinspreche, siehst du, dass hier auch der Limiter wirklich stark limitiert. Eins, zwei, drei. Man muss sich noch aktivieren, sonst kann man natürlich nicht sehen, was er macht irgendwie. So, jetzt nochmal. Also, eins, zwei, hey, hey. Und das Schöne ist, du kannst jetzt am Limiter hier oben sehen, wie die RMS-Lautstärke von meiner Stimme ist. Egal, ob ich leise spreche oder ob ich laut spreche. Die Differenz ist hier maximal im Bereich von 6 dB. Und das bedeutet, dass der Sänger oder die Sängerin sich unfassbar gut hören können, wenn ich diesen Kanal aktiviere. Also, im Input habe ich diese beiden Plug-Ins reingeladen. Und weil Sänger sich immer natürlich auch gerne mit ein bisschen Hall versehen, habe ich hier auch noch einen kleinen Hall draufgepackt. Und wenn der aktiviert ist, kommt auch noch mal ein bisschen Hall drauf. Jetzt ist es natürlich so, dass diese Bearbeitung, die soll natürlich nicht mit aufgenommen werden, weil danach kriege ich ja kein sauberes Signal mehr hin, das ich dann nachbearbeiten kann. Also habe ich mir da zu diesem Zweck, und da ist die Frage jetzt auch beantwortet, warum ich einen Kanal, einen virtuellen Eingangskanal ohne Plug-Ins gemacht habe, habe ich dafür nochmal den sauberen Kanal daneben. Also, wir haben einmal den bearbeiteten, einmal den unbearbeiteten Kanal und können jetzt die Eingänge hier wieder ausmachen, gehen jetzt in den Mischer rein. Und da siehst du ja auf der rechten Seite jetzt meine beiden Kanäle hier. Einmal Vox mit und einmal Vox ohne Plug-Ins. Und ich nehme beide jetzt mal auf, sorge aber dafür, dass ich hier, ich klicke mal auf Aufnahme, sorge aber dafür, dass ich hier das Mithören nur bei dem Kanal mit den Plug-Ins aktiviere. Das stellt sicher, dass wir also auf unserem Kopfhörer nur das Signal hören, was schäkisch stark bearbeitet ist. Und wenn ich jetzt mal reinspreche, müsstest du meine Stimme auch hören. Eins, zwei, und ich setze meinen Kopfhörer auf, damit wir das einmal ausprobieren können. So, jetzt höre ich mich gut. Und jetzt hörst du, dass ich da einen Hall drauf habe. Und wenn ich ganz leise spreche, ist meine Stimme ganz gut zu hören. Und wenn ich ganz laut spreche, ist meine Stimme auch gut zu hören. Dann will ich sagen, keinerlei Dynamik mehr im Signal, aber das sorgt natürlich dafür, dass ich mich als Sänger jederzeit gut hören kann. So, jetzt habe ich am Mikrofon rumgefummelt. Mach ich nochmal richtig hier, ne? So. Und jetzt machen wir nochmal eine Testaufnahme. Und wichtig ist, dass du, wenn du deine Aufnahmen machst, dass du das nicht wichtig zwingenderweise mit aufnehmen musst. Das Signal von diesem hochkomprimierten Kanal brauchst du nicht mit aufnehmen. Das heißt, bei deiner Aufnahme kannst du hier ruhig den Aufnahmeknopf... Mithören nicht vergessen. Kannst du den Aufnahmeknopf hier ruhig wieder ausmachen. Musst es also nicht mit aufnehmen. Ich nehme es jetzt aber trotzdem mal mit auf, damit du genau sehen kannst, welches Signal hier auf diesem virtuellen Kanal reinkommt und welches auf dem anderen reinkommt. Wir machen mal kurz eine Testaufnahme. Ich bin gut durchgekommen, hab alles mitgenommen, was das Leben auch für mich immer bereit hielt. Hab jede Sekunde genossen und in mein Hirn gegossen, auch wenn mal Freude gleich der größte Schmerz liegt. Ich hab von hinten bis vorne das Süße und die Donnen nicht übergangen, sondern stets in mich aufgesaugt. Konnte mir die Zeit immer nehmen oder auch anderen gehen. Wenn das Leben mich oder dich mal wieder auslaugt. Bin auf der Sonnenseite stets auf die Füße gefallen und hab stets Federn des Glücks am Hut. So, du hast gesehen, ich hab furchtbar dynamisch eingesungen. Das war jetzt natürlich nicht zielführend für den Song, aber ich hab dafür gesorgt, dass ich laute und leise Passagen in meiner Aufnahme drin hatte. Und trotzdem konntest du verfolgen, dass der Sänger, also in dem Fall ich, dass ich mich jederzeit gut hören konnte und volle Kontrolle über meine Stimme hatte. Und man kann es hier am Signal auch sehen, was dann da aufgenommen wurde. Hier sind die dynamischen Passagen, die lauten und die leisen. Und du siehst darunter, hier ist das Signal aus dem virtuellen Kanal ohne Plugins, das ganz normal aufgenommen wurde und wirklich ein blitzsauberes, sauber eingepegeltes Signal hat, mit dem ich jetzt jede Nachbearbeitung machen kann, die ich mir wünsche. Und darüber ist das natürlich völlig hoch komprimierte und nicht brauchbare Signal, was ich gehört habe. Aber du siehst schon, wie gering die Dynamik hier gewesen ist. Man sieht also genau, dass ich mich wirklich gut gehört habe, und zwar egal, ob ich laut oder leise gesungen habe. Und das hat dafür gesorgt, dass ich wirklich eine gute Performance im Zweifel dann vor dem Mikro ablegen kann. Egal, wie laut oder leise das Playback ist und egal, wie laut oder leise ich singe, ich höre mich immer perfekt. So geht es bei Studio One. Ich hoffe, es geht bei deiner DAW auch ähnlich. Wenn du das nicht sicherstellen kannst, aber trotzdem dieses Feature haben möchtest, gibt es natürlich die Möglichkeit, dir auch ein Interface zu kaufen, was schon eingebaute Input, also Eingangs-Plugins laden kann. Da gibt es heutzutage eine ganze Menge. Ich habe von Universal Audio die Apollo. Die kannst du auf jeden Fall. Da kann ich einstellen, ob ich die Plugins, die ich reinlade, im Eingangsbereich mit aufnehmen möchte oder nicht. Bei deinem Interface wird es vielleicht auch gehen. Schreib es mir gerne mal als kleine Information unten unter dieses Video, vor allem für alle, die sich dafür interessieren, was dein Interface kann und was deine DAW kann. Dann weiß man nämlich auch mal, wohin man sich orientieren muss, wenn man die richtige DAW oder das richtige Interface noch für Vocal-Aufnahmen sucht. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann zeig es mir über einen Daumen nach oben. Ich hoffe, dieses Video hat deinen Tag auch ein kleines bisschen besser gemacht. Und wir sehen uns morgen dann zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste. Mach's gut und Yassu!